wir sind schwertig mit diesen dreh dingern aber ansonsten eigentlich okay das ist jetzt du das gott oder das ist immer so unverständlich und bar wir machen die außenpolitik machen die komische politik damit nicht weil ich nicht bei den anderen bin glück gehabt davon schaffe ich noch rei und dann gehen wir dadurch und dann gehen wir da rein und schon ihr alle überholt und schon sind wir gefühlt 5 oder so und bar und bar und bar und bar so ein schmutz egal egal wir wollen ja nicht erster sein 39 punkte gesetzte wo ist mein kollege der ist lust solange wir drin bleiben ist kein problem aber was macht er aber ich würde mir gerne noch den picken controller kaufen frag mich nicht warum wurde ich mag wie die farbe irgendwie ja wir sind weiter gekommen die letzten runde doch noch mit 18 im platz weiter gekommen ja ich hab's gewusst oh nein digga das war ganz kritisch digga also bei dieser stelle wurde ich aber auch mal gebrochen so als diese stelle bei einer stelle wo die zusammenkommt digga das habe ich so gebrochen keine ahnung wo mein maid ist weeeeee ach hier wollen alle mich reinfliegen digga 18 punkte digga digga wo ist mein digga was macht der oder das ist der unfake nein das ist ja der letzte das ist so ein minuten sohn digga ja perfekt digga wie kann man so schlecht spielen digga hä das ist doch genau das gleiche wie vorher digga wollen die mich verraschen ach das ist ja noch eine neue runde oh digga schon gedacht digga also eigentlich gibt es ja da einen trigg aber ich hab oder ich verstehe den trigg immer noch nicht digga wirklich digga das ist ja das dritte digga ooooh das ganze außen er kennt dich dir x digga ooooh digga wie weit ich hab mich gesaved habe oder einzige jetzt entscheidet das da alles also keine ahnung wo wo wieder meinen nutten zum maid ist digga 52 punkte digga wie verliehen so viele plätze weil mein maid einfach zu unfähig ist rein zu kommen also ich meine ich bin ja auch nicht der beste vollgleich spieler digga aber digga so schlecht bin ich auch nicht mehr ja so jetzt mal schauen ja natürlich wieder ganz hinten gespalten digga perfekt ich hoffe jetzt aber nein das ist immer das gleiche team oder ich habe so schlechte team jetzt gerade ich meine ich meine ich bin auch nicht immer wie ein junger gott aber eigentlich meistens schon verfolgt die letzten videos immerhin gesaved immerhin gesaved ah digga oh digga gerade noch so gesaved digga oh digga aah 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 oh und drüber springen und ouch das habe ich auch schon mal ohne fehler das war es dann aber auch mit ohne fehler das habe ich mal gar nicht beim ersten mal bin ich drin ich hasse es so eine scheiße digger ja gefegtiger gefegt gefegt digger gefegt gefegt schon zwei digger äh drei oder ich bin schon du idiot ich bin ja schon du idiot wie einfach mich verfolgt digger ich habe ihn gesafet digger come on digger nein digger was soll das digger nein digger ja hat ihn digger von hinten genommen also das ist auch ne ich brich dich mit ne verpisst euch doch so ein ding ist es nämlich so ein ding ist es nämlich oh nein digger oh oh nein digger ich bin unfähig oh digger platz 5 digger noch gesafet oh digger dieses wichtige und richtige digger die außen taktik digger die außen taktik ist es halt die außen taktik war so halb oh digger fast noch selbst mal begangen perfekt und bam digger und bam und bam digger und bam und bam jetzt schon profi digger verpisst dich du nutten sohn digger er hat mir die wichtigen points geklaut ja 12 dann noch gesafet digger für öfter platz 13 warum zum teufel kommt diese scheiß map jetzt schon wieder digger jetzt mal real talk nicht spiel ich mir schon zum fünften mal gefühlt ja so gut teamspiel ist ein bisschen komisch ist es überhaupt ein teamspiel man weiß es auch nicht digger die hälfte der vorgeist karte werde ich mal angezeigt hä ich sehe keinen nachher ich wollte noch da durchlaufen digger ich habe mir aber gedacht die andere seite digger schau mal wie viele plätze ich gesaved hab digger fp ist euch doch keine ahnung welcher platz ich war digger aber zwei ich glaube ich war zweiter oder dritter reihe oder so zweieinhalb kann man machen auf jeden fall und ja die map ist eigentlich voll einfach voll einfach ist nicht komplett einfach aber im vergleich zu vielen anderen maps auch viele neue maps voll relativ einfach und das ist natürlich auch gut ein paar veränderungen wurden natürlich gemacht ist klar ha ah gesaved digger ich bin einfach auf platz 2 digger ich bin einfach auf platz 2 digger und v east censor solo eigentlich immer noch besser digger 16 13 McLaren 50 15 17 Untertitelung des ZDF, 2020